Ab in die Kamera. Ja, das blinkt alles. Das blinkt alles. Was heißt denn das? Das ist, weil wir die tollen Karotten-Zauberstäbe haben. Das blinkt wirklich alles. Was ist denn? Hier ist doch auch irgendwas, oder? Hä? Checkst halt nicht. Checkst du es? Das sind die Dinger. Man muss schon acht oder so aktivieren. Ach so. Na gut, das kann natürlich auch sein. Plink, 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 plink. Bisschen nervig. Bisschen hoch. Das ist nicht vorbei. Ich komme nicht vorbei. Hm. Bisschen. 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 Oh... ur er ich spiel mit zu kammer Oh, wäre Zauberer ist wäre Zauberer Cool Wie, was kann ich denn sein? Hä? 3,5 Millionen Was macht die hier? Die bauen die Ratten Was geht, schau mal die Ehe Ich fange hier Jetzt hätte ich ihm alle die Schlüssel Super Tolle Wurst Kannst gleich aufmachen Kommen wir halt weiter Du musst Ich muss immer durchdrehen Scheiße für dich Wie viel du gerattet Tatsache Ganz ungewollt Danke So Was ist denn? Du musst wieder irgendwas machen, ne? Ja, das ist die Hunde und so Das ist alles Ich versuche Ach, ein Frosch Mh, wunderte Das war's für heute. So, ja, 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 ja. Eine blouse Dann ist eine die Langenäcke Der Dig hat 30 Millionen braucht Ist ma ja du Puzzlnumpen Wieso? Wir wollen ihn irgendwann runter und die Kamera reinlassen Rücksichtchen. Ich muss mal mal die Tarotik knapper. Der Oberholz liegt. Gibt nix. Vielleicht ist die Müll an. Wo ist denn die? Hier irgendwo? Paisel die Paus, Paus. Hör auf! Hau ab! Du wiegst ja. Das war faszig. Paisel die Paus. Geht nix. Hab ich noch vergessen? Hallo. Ich versuche nur mit dem Stuhl da rein. Ab in die Kamerischöke. Hopp Hopp! Sieht's auf! Was müssen wir tun? Was ist mit der Mörter? Muss nicht der das aufmachen? Nein, da ist doch ein Mörter. Das ist ein Passierberriertes Dach, was sie wird haben. Weiß ich nicht... Was kommt denn da? Hm. Schwer, schwer. Ich glaube, dass er noch nicht gerettet wurde. Das ist auch nicht. Ich glaube, dass er nicht richtig betätigt ist. Hm. 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 Ja. Hm. 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 Ja, irgendwie, wir befestigt. Alter, sieh ich nicht. Malen nicht so. mit dem Geist im für das Ding hat das geht sogar ja es ist zu überwalt achso ah war mal kurz ein Eingang ja ein Marschwege wuuu hallo oh Manu nur ich dachte ja es geht weiter cooler Spiegel ab gehts in die Kamer ich denke wuuu see ya 1 von 4 2 von 4 da bringt was gelbes also wir brauchen einen Hund wir brauchen gerade einen Hund und keinen Hund ja die Musik Ah, ich dachte es mir schon, dass ich das schon habe. Und, haben wir nicht, oder? Ah, eine Kracke! Gibt es da auch? Da kann man nur was dran bauen. Ja, ich zeig es nicht. Ich finde hier ein Tierball, den du hast. Ich kann kein Tier holen, oder? Ich glaube nicht. Die Rate? Auch nicht. Hier sieht es irgendwie aus, als ob du hier was bauen musst. Mhm. Brücke oder so. Aber scheiß, wahrscheinlich Teile. Wir haben kein Tier. Wir haben kein Tier. Das wollen wir nie. Ist das jetzt mal? Ja. Dann bin ich jetzt. Ich glaube, der hat durchgeführt. Ich bin nicht der. Hm. Wir kommen nicht dabei. Wir haben keinen Hund, wir haben nichts. Wahrscheinlich kriegst du die Bordschwelle da. Ja, ich bin auch. Ich ja. Da ist das alles gut. Wenn euch der Bordschwelle da und dann kommt uns, oder? Das geht. Über22. Luft ist ja. Das geht. Ich mache dir das. Das ist schon. Ja. Das geht. Das geht. Nichts. Da kommen wir nicht weiter. Woanders? Da ist es zu. Ich muss mich darüber zu sprechen. Ja. Glaub ich. Komisch. Von da kommen wir ja, oder? Ja. 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 Komm mal her. Ja. Ich schwib mich mal da hoch. Hoch schieben. Schweben. Ja. 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 Können die Hand nicht lenken? Ich hoffe dies nicht. Die verstehe ich auch nicht. So, die Kante. Good luck. Die Kante. Die Kante. Die Kante. Die Kante. Wie soll er zurückkommen? Ja. Wie schau dir das mal? Hallo. Klingt mir halt auch nicht viel, oder? Wie kriegen wir einen Hund? So kann ich nichts machen. Keinen Trank, oder? Ja. Magic. Hey. Was müssen wir machen mit dem scheiß Drohnen da machen können? Ja. Ich bin nicht. 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 So ein Bullshit. Ewig weg in X. Ja. Was ist denn jetzt? Ja. Ja. Jetzt kommst du da hoch. Du bist ne Buggy. Ich schaff schon auch nicht. Ich würd da nicht reinspringen. Hä? Was? Ich würd da nicht reinspringen. Wieso? Wenn ich nicht mehr rauskomme. Alter, wie machst du das? X drücken. Ich schaff's auch da hoch. Ohne das Ding. Wechsel halt den Charm. Was hast du? Gut, das hätten wir jetzt. Ist nur noch die Frage mit dem Button. Das hat uns jetzt halt auch nicht weitergehört. Nee, irgendwie nicht. Kann doch nicht sein, dass wir einen Hund brauchen und keinen haben. Ja, das bringt halt auch nichts. Hm. Nee. Nee. Nicht direkt normal. Mit der Radweg kann ich euch nichts machen. Hm, hm. Gibt's doch nicht. Nichts. 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 Und der Engel jetzt. Vielleicht Engel der Brücke. Aha. Da hoch. Komm rüber. Hoch und hoch. Oh, oh, oh. Wo ist Jonas? Freue mich. Freue mich nicht. Ich stehe schon ab jetzt. Oh, oh, oh. Ich stehe hier mal unten. Ich stehe hier mal unten. Gänse schnell. Eine. Ach, tue schon. Ja, wir können hier beißen. Aber das will mit Hunden regnieren oder was? Uhhh. Oh, das ist nicht da. Läffst du einfach durch. Ach, ich skille dir natürlich an. Ach, ist das so ein Scheiß. Gut. Kommt vor der Kamera. Hä? Was hat er da? Wie ein paar geile Karotte. Ist ja schon ein Hai. Na, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Die lebt. Die kann... Ach, Nidl. Da ist er. Der Obelisk. Der Peiniger. Der Peiniger. Der Peiniger. Also ich will nicht mehr... ...weil nicht mehr... ...Kranktraum, äh... ...Kranktraum, äh... ...Bedeutend... ...Krank...Kranktraum. Ich muss das nicht gehen. Oder später? Der Peiniger. Wie ist denn der Peiniger? Wie ist das? Er ist nicht... ...kranktraum. Ein bisschen Tankfrau Wie schwimmt der jetzt? Was ist denn nicht da Wasser? Ist nicht nur Wasser? So viel? So viel vielleicht nicht Ich kann gar nicht fragen Ich muss doch gut sagen Ich weiß auch nicht wo es die Sachen hat Wo sollen die denn sein? Ich weiß nicht was ich machen muss Ich bin fast Ja da war ich auch da Was macht da eigentlich die Schlange? Ich weiß nicht Was wollt ihr denn was? Da ist sie weg Seit wann hat die geschlange Läser auf? Was müssen wir machen Was müssen wir machen? Komm Gini du bist stark oder? Ja Ich verstehe echt nicht was ich machen muss Ich habe nicht nur eine Zutat gefunden Ja Ich habe nicht mal eine Zutat gefunden Aha! Das ist der Ding hier. Guck mal, was du machen kannst. Helventeil. Oh, das wird zu schade, guck. Ich glaub den ziemlich mit dem Strahl lang genug sieht, oder? Komm ich du rein, soll nicht Phasen sprechen gehen. Oh. Jetzt ist der Ding hier. Ich verstehe es. Wenn ich mich mit den Laseraugen haben sieht, trefft die an. Oh, das ist wirklich cool. Oh. Oh. Was? Mhm. Okay, jetzt dazu der Kette. Also im Starkwild. Oh, was da drin ist? Ah, da kommt der Phönix. Wunderlich werden. Jetzt können wir uns rein. Das ist alles. Na hoch, geh. Ach so. Da kommt nachher das Schwert raus Die Schilder da oben Zweifel frei Oh, zack! Diese böden Fässer Was macht er? Verrückte Verletzungen Was macht er denn? Verrückte Verletzungen Jeeeeee Das hat uns jetzt allgemein nichts gebracht Nö Wir sind glaubt da oben Dahinter hat's das so Ding zum Drehen Ich glaube, dass wir bräuchten, was zum Schlüsselmarsch Irgendwie da hoch Ich bin stark Wir sind da hoch, da ist ein Schüler angefahren Wo ist ein Schüler? Rechts, da können wir jetzt Ist das nicht der Tamschniedel Achso, das ist doch der Tamschniedel angefahren Dann komm mal her Na, na, na Na, na na Ja, da wohnen, das Ja, da Na, na 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 Geheimnis vor Da ist das Schwert von Gryffindor Ist das ein Diamant? Was ist das? Klar Wie soll der Rest jetzt sagen? Ja, ich muss ja wieder kommen auf den Leuten Die würde mir schlechter hören, so wie der Vogel blieb. In Ripley von Jahr 2. So, mittleres Jahr 2 war ja auch zu Ende, ja. Superschön. Hausbar-Pubier mit 2. Ach, Zauber-Sohn natürlich. Jetzt gibt's Punkt der Alarm. Herr Wanderbierer, das ist jetzt ich mir hier auch nix appelt. Jetzt sind wir auf jeden Fall ein bisschen breiter. Wie so auch immer. Oh ja, fast 300 Millionen. Nicht schlecht. Schön lang gefahren. Oh, 60. 62. 62. 63. Hm, leider nicht. Geschichte fortsetzen. Gut. Das gibt's dann in der nächsten Folge, wie wir das Jahr Dreh beginnen. Richtig. Danke fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Oh, das nicht. Oh, das nicht. Oh, das nicht. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hm, hm, hm. Hm, hm. Hey. Good to back here. Hm.